Frenkel Frotzelt. Heute. Let's Play. Searchen Simulator 2013. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Searchen Simulator 2013. Ja, hier bin ich wieder. Dr. Metzger, der größte Versager in der Chirurgie-Geschichte. Ja, ich muss mal wieder versuchen, die Nieren endlich zu operieren. Ja, das machen wir jetzt gleich nochmal. Also das hatten wir ja, die Herztransplantation haben wir ja geschafft. Aber das mit den Nieren, das hat irgendwie nicht so hingehauen hier. Nach wie vor. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. Ähm, Fingertest. Moment. Schawubbel, Schawubbel, Schawubbel. Ja, Daumen. Hervorragend. Warum das hier nicht geht mit dieser scheiß Decke, weiß ich nicht. Das muss doch ein Bug sein, dass man die nicht richtig fassen kann, oder? Man kann die einfach nicht richtig fassen. Man kann da irgendwie nur so durchgehen. Aber man könnte sie hochheben, ne? Und dann einfach halt so ein bisschen... Scheißen Dreck, Mann! Ich krieg schon wieder dieses scheiß Decke nicht weg. Das geht mir so auf den Sack hier sowas von. Aber auch echt jetzt weg! Na also. Okay. Ich muss jetzt mal genauer gucken, glaube ich. Ganz cool war eigentlich dieses Gerät hier. Das da. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. So. Ah, scheiße. Toll. Frenkel. Das fängt ja wieder prima an. Ich komm da wieder nicht ran. Jetzt muss ich's da an der Klinge nehmen. Ich muss es zumindest jetzt irgendwie wieder rüberschippen. Ähm, komm her. Komm her. Ich brauch dich jetzt. Ich brauch dich, Baby! So, jetzt ist meine Uhr wieder ab. So, jetzt hab ich's wenigstens ein bisschen zurechtgezogen. Ich muss das, glaube ich, so machen. Und dann Truff. Und dann Schnawubbi. So. Er hält's aber irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Vielleicht nur mit Zeigefinger und Daumen. Ist das besser? Ja. So. Die Uhr schleudern wir mal gerade wieder auf die Seite. Und dann haben wir das eigentlich ganz gut im Griff jetzt. Ich weiß nicht genau, wo ich hier schneiden muss. Ich glaube... Oh, warte mal. Das letzte Mal hab ich einmal komplett außenrum gesäbelt. Warte mal. Ist das hier ein Schnitt... Eine Schnittstelle da? Sieht so aus, als ob man vielleicht... Habt ihr das gesehen? Das ist schon durch. Ich hab nur einmal zugestochen. Das ist ja richtig cool. Da gibt's anscheinend solche Stellen. Warte mal. Hier vielleicht auch eine, oder? Sehe ich das jetzt erst? Ne, hier geht's nicht, oder? Komm, stech rein, Baby! Hm. Okay. Ich dachte, das wäre eine Lösung, aber... Muss ich doch wieder außenrum schneiden komplett, oder wie? Man verliert halt wieder so viel Blut, ne? Aber das Ding ist doch definitiv durchgeschnitten. Du musst... Warte mal, da oben vielleicht noch. Da könnte noch was sein. Komm, mach mal. Mach das Ding locker. Das muss doch gehen hier. Das hier sieht auch aus wie so eine Stelle, die man schneiden könnte, oder? Also, das hat das letzte Mal besser funktioniert mit dem komischen Ding hier. Weiß der Geier, was ich hier genau machen muss? Ich weiß es einfach nicht. Komm, wir schneiden einfach nochmal komplett außenrum. Das wird schon funktionieren, dann. Ah. Ja. Ah, da, 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 da. Tatsächlich. Jetzt wartet mal. Jetzt lege ich das mal ab hier. Vielleicht kann ich es jetzt schon rausnehmen. So, schön drehen. Komm, schnapp's dir! Ne, das reicht anscheinend noch nicht. Komm her, du scheiß Schlampe, du! So, hoppla, das war keine Absicht. Ne, also das, das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Ich muss noch weiter irgendwie schnibbeln. Ich weiß aber nicht genau, wo. Schnupp! So. Okay, versuchen wir es nochmal auf die Tour. Wo ist denn da? Also, da habe ich schon was durchgeschnitten. Vielleicht da auf der anderen Seite nochmal. Warte mal. So, ein kleines perspektivisches Problem gerade gehabt. Ich will da unten rein. Mann. Wieso geht das nicht? Weil ich jetzt beschissen in der Hand habe, das Ding. Warte mal, wir drehen es mal ein bisschen. Versuchen wir es nochmal aufzunehmen. Lalalalalala. Das ist ja noch beschissener, wie ich es jetzt genommen habe. Warte mal. Doch mal fallen lassen. So, jetzt könnten wir es eventuell... Ne, es ist genau falsch rum. Frenkel, Frenkel, Frenkel. So wird das nichts. Nochmal. Nehmen. Geht nicht. Also, ich muss wirklich nur mit Zeigefinger und Daumen offensichtlich. Aber das geht jetzt gerade auch nicht. Und das ist auch völliger Schwachsinn, weil... So kann ich mir höchstens die Pulsader aufschneiden. Ähm... Ja. Ich weiß es nicht genau. Aber ich steche jetzt einfach nochmal hier rein. Es muss doch irgendwo da noch abzuschneiden gehen. So geht es aber nicht. Es geht einfach so nicht. Weil ich zu doof bin, das Ding hier richtig zu nehmen. Und jetzt warte. Jetzt habe ich es aber. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt aber sowas von, hä? Jawohl. Perfekt. So, und jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Also, da hinten habe ich was abgeschnitten. Nein! Nein! Es fällt rein! Das ist ungesund. Das sollte man dringend bleiben lassen. Ich weiß nicht. Muss ich da unten nicht noch irgendwie... ...gefühlsmäßig irgendwo hier nochmal abschneiden? Ja, jetzt verliert er wieder Blut. Ist aber noch nicht so schlimm. Wenn ich genau wüsste, wo ich schneiden muss. Vielleicht gibt es da ja wirklich eine Stelle, wo man ganz genau schneiden muss. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen schneide ich halt einfach überall. So, okay. Folgendes. Jetzt hat er wieder Blutverlust. Ich muss das nochmal mit der grünen Spritze probieren. Die... Den... Scheiß Glas! Geh aus der Sonne hier! Ja, noch ein Stück vor. Ich bin zu doof, eine Spritze zu nehmen. Merkt ihr das? Das ist aber auch nicht so einfach. Das sieht so einfach aus. Aber ist es nämlich gar nicht. Ach, Kacke! Jetzt habe ich wieder mich gestochen. Jetzt muss ich mir das Gegengift geben. Und ich bin doch zu doof hier. Ach, leck mich am Arsch hier. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich mich jetzt bitte hier an dieser anderen Spritze stechen aus Versehen? Das geht natürlich wieder nicht. Ach! Fick doch die Scheiß-Drecks-Henne! Das Spiel geht mir auf den Sack langsam. Wie kann ich mich denn überhaupt selber stechen, wenn ich gar nicht so richtig... Warte mal, so, warte mal, warte mal. So. Komm, stich mich! Ach, Gott sei Dank. So, wo ist jetzt meine andere? Da. Also, immerhin, jetzt habe ich das schon mal geschafft. Nicht schlecht. Jetzt versuchen wir nochmal, diese Spritze zu nehmen. Und möglichst ohne uns zu stechen. Wo ist mein Zeigefinger? Ich habe den falschen Zeigefinger. So, das ist der richtige. Geht aber immer noch nicht. So, jetzt. Hier. So, zack! Ich habe dich! Habe ich dich? Nein, ich habe dich nicht. Nochmal. Ich will nicht das Skalpell. Ich will die Spritze. So, und dann hat es geheißen, ich soll ihm da das in das Gesicht rammen irgendwie, ne? Mehrfach. Hör jetzt auf da zu bluten. Na also. Hat der doch funktioniert. Die legen wir jetzt wieder auf Seite. Brauchen wir wahrscheinlich wieder. Und jetzt wird einfach weiter gesäbelt. Mit dem Teil hier. So. Wo? Weiß ich leider nicht. Das ist ja mein großes Problem. Und beim letzten Mal ist mir dann auch noch die eine scheiß Niere runtergefallen. Das war ein ganz, ganz peinlicher Fehler. Ich weiß nicht, wo ich schneiden muss. Okay, das hier. Die eine Stelle hier ist klar. Oh, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, oder? Jetzt habe ich es. Da fällt jetzt schon wieder Blut. Müssen wir wieder eingreifen kurz. Komm her, Spritze! Nein, das ist das Skalpell. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Spritze. So, dann. Zwei Mittelliter pro Sekunde verliert er gerade. Warte. So. Sehr gut. Also gut. Das funktioniert. Das habe ich jetzt endlich mal raus hier mit dieser blöden Kackspritze. So. Und jetzt. Jetzt holen wir diese Kacke hier raus. Wenn es geht. Oder geht das immer noch nicht? Das geht immer noch nicht. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich kann das immer noch nicht rausnehmen. Oder? Doch, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Diesen komischen Ochsenpimmel hier. raus. Und das hier? Ist das auch schon lose? Das muss doch auch schon lose sein, Mann. Oder nicht? Komm her! Nee. Das geht noch nicht. Da fehlt noch was. Ich muss doch noch was schneiden. Scheiße, Mann. Ob ich meinen Schneidedingspumpst da... Also so gut war ich ja noch nie auf dem Weg bislang, ne? Blöd ist nur, dass ich jetzt das Ding hier nicht mehr nehmen kann. Weil es zu weit nach links rausgefallen ist. Kacke. Vielleicht kann ich es mit etwas Glück wieder zurückschieben. Komm. Komm her. Komm her, du Scheißteil! Ist doch zum Kotzen hier! Geht nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Ich muss hier das doch einfach nur ein bisschen rüberschieben. Ist die Zeit eigentlich begrenzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kriege das Ding nicht mehr in die Hand verflucht. Wenn ich es so rum mache, vielleicht? Vielleicht kann ich es auch an der Klinge anfassen. Komm her! Ach, leck mich doch im Arsch. So, okay. Wir machen es anders. Was haben wir denn hier noch an Gerätschaften? Das Laserschwert. Oder was immer das sein soll. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Komm, lass los. Was ist das hier? Das ist tatsächlich ein Laserschwert. Ist ja lustig. Okay. Und ist das jetzt gefährlich, wenn ich damit hier so rumsäbele? Keine Ahnung, anscheinend. Oh, 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 oh. Blut, Blut, Blut. Ja, also das hat nicht weiter geholfen. Oh, 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 au. Bleib ruhig. Ich versuche es mit dem, ich versuche es jetzt hier wieder mit dem Skalpell. Kann das bitte mal aufhören, hier rumzuschwingen? Das macht mich ja völlig kirre. Ich brauche einen Skalpell. Gib mir das Skalpell. Du scheiß Ding hier. Jawohl. Oh, zack. Und wo muss ich denn jetzt rumschneiden? Ich weiß es immer noch nicht. Warte mal, da unten habe ich da, das sieht auch so aus, als ob ich da, jetzt habe ich das Skalpell so in der Hand, dass ich überhaupt nicht schneiden kann damit. Ich werde verrückt, ey. Mann! Scheißdreck hier! Das geht mir auf den Sack. Geh weg! Verpiss dich! Verbrenne ich mir die Hand? Ein bisschen, ne? So, ich will jetzt hier... Auch das Skalpell habe ich... Oh, scheiße, die Spritze. Ich kann nicht mehr Blut stillen, die Spritze ist runtergefallen. Ach, Mann. So, und ich kann ja auch nicht schneiden. Ich bin zu doof zum Schneiden hier. Ich komme da nicht dran. Jetzt klebt es am Zeigefinger, das scheiß Ding. Mann! Ich will, dass das jetzt abgeht. Mann, ich will, dass das jetzt abgeht. Bitte! Ich will, dass das jetzt abgeht. Das kann doch nicht so schwer sein hier, verflucht. So, rein nochmal hier. Komm. Geh ab! Geh ab! Es geht nicht ab, das blöde scheiß Ding. Dabei. Ja! Raus damit! Blutet er? Nein, er blutet nicht. Hurra! Okay, das ist die dicke Chance jetzt. Raus! Ja, Klibber! Lustig. So, und das auch noch raus. Da komme ich jetzt gerade wieder nicht dran. Da muss ich ein bisschen kippen. Raus mit dem Scheiß. Ich komme nicht dran. Komm her, du Wurst! Du Kackwurst! Weg damit! So! Jetzt müssen wir die Nieren auch noch rausschneiden. Richtig. Jetzt machen wir hier mal auf ganz vorsichtig, damit wir die schon mal bereit haben. Und, äh, dann müssen wir mal aufpassen, dass ich sie nicht wieder runterschmeiße. Das ist hervorragend. Das war sehr gut, Herr Frenkel. Das war sehr gut, Herr Frenkel. So, jetzt warte mal. Jetzt versuche ich nochmal mit diesem Laserschwert hier. Vielleicht geht das da genauer. Halt! Komm her! So, jetzt versuche ich mal hier die Nieren rauszuschneiden. Ob das geht? Geht nix. Geht nix! Gut, dann versuchen wir es eben... Nein, nicht da immer reinfallen! So eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich das da wieder irgendwie ruhig kriegen. Bleib hängen und... Nerv mich nicht! So. Ähm... Tja, dann versuchen wir es nochmal mit dem Skalpell hier. Nicht mit der Säge, sondern mit dem Skalpell, bitte. So, und jetzt müssen wir diese scheiß Nieren da rausschneiden. Das kann doch nicht so schwer sein eigentlich, oder? Blöd ist nur, ich habe da keinen guten Blickwinkel, wenn ich da so schneide. Seht ihr das? Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin schnittel. Komm raus, du scheiß Niere! Du bist kaputt! Ich brauche keinen Mensch mehr! Los jetzt, verfluchte Axt nochmal! Das gibt es doch nicht! So nah war ich noch nie dran! Ich weiß aber nicht genau, wo ich schneiden muss. Au! Die erste ist weg, glaube ich. Leider verliert er jetzt auch wieder Blut. Und wo ist die Spritze? Ich komme an die nicht dran, ne? Ne, ich komme da ganz schlecht dran. Ist jetzt hier diese scheiß Niere auch lose? Warte, warte, warte. Raus, raus! Raus! Okay, komme ich an die Spritze ran? Ne, komme ich nicht. Jetzt muss ich schnell sein, glaube ich. Jetzt muss ich ganz schnell sein. Jetzt muss ich ja versuchen hier... Warte, ich tue die schnell einfach die anderen reinschmeißen. Ne, warte mal. Komme ich an die ran da? Komme ich da an die ran? Komme ich an die ran? Kippen! Ach, komm, jetzt hängt da irgendwie wieder das andere Teil hier. Der verliert Blut! Raus mit dem Zeug! Mann! Komme ich da jetzt dran oder komme ich da jetzt dran? Raus! Raus! Es lässt nicht los! Ach, scheiße, ey. Nur noch 2,3 Liter. Warte mal. Versuche mal die mal zu erwischen. Ja, die ist weg. Das ist ja schon mal was erreicht hier. Ich werfe jetzt da die andere einfach schnell mal rein. Ich versuche es zumindest. Links und rechts ist wurscht, oder? Ist egal, oder? So. Bums! Geht nicht. Scheiße. Hilft nix. Ich muss die noch rausnehmen, die andere. Krieg ich die jetzt raus, oder was? Ich bin so nah dran, Mann! Komm her! Scheiß Niere, du Blöde! Jetzt hatte ich sie, jetzt hatte ich sie gerade fast. Oh Gott, er stirbt mir wieder. Ich krieg nicht, ich krieg's nicht hin, verflucht. Ich komm nicht an diese scheißblöde Drecksniere hin. Komm her! Du kleine Schlampe! Auch das Teil da oben krieg ich irgendwie nicht raus. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Lass los! Lass los! Ja! Weg! Das ist ja, als ob's lebt. Das ist ja ekelhaft. So, und jetzt das hier? Komm ich da jetzt dran? Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Warte mal ein bisschen. So. Jetzt nimm diese verfickte scheiß Niere raus. Ich komm nicht hin. Jetzt rutscht das ein Stückchen nach unten schon. Oh Gott, die Zeit. Die Zeit wird knapp, ey. Er ist, er ist so schwer verletzt hier. Hab ich sie jetzt? Ja, raus! Raus das Zeug. So, und jetzt brauch ich die andere Niere. Und ich hoffe, das war's dann. Sonst hab ich ein Problem. Nein! Ha! Nein! Nein! Bleib hier! Oh Gott! Scheiße! Niere! Mach kein Quatsch! Bleib hier! Bleib hier, Niere! Bleib hier! Nein! Nein! Du Arschloch! Du blöder Penner! Du willst doch gar nicht überleben, oder? Du willst doch gar nicht überleben! Ja, liebe Leute, wir sind leider am Ende dieser Episode. Ich hab wieder versagt, weil ich diese scheiß Niere wieder runtergeschmissen hab. Ich könnte kotzen. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und lasst mir ein Like da. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Feierabend für heute, ja? Ich sag ciao, ciao! Kack, Dreck!